Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Limbeck.podcast, Vertrieb ist Chefsache. Limbeck.podcast, Vertrieb ist Chefsache, der Quick Win hier. Ganz schnell von Michael Silberberger, dem Tausendsasser, dem Business-Architekten, der schon einige Firmen und tolle Themen auf die Welt gebracht hat und immer wieder sich neu erfindet und entwickelt. Was sind deine drei wichtigsten Vertriebstipps, die du gelernt hast? Der Elevator-Pitch muss jeder Mitarbeiter absolut beherrschen. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe es gerade gestern Abend wieder erlebt. Der hat das nicht hinbekommen und jeder Mitarbeiter muss den Elevator-Pitch hinkriegen. In 30 Sekunden die Firma zu erklären, den Nutzen zu erklären, um auch da dann einen Zog zu erzeugen. Zweite, den Telefonhörer in die Hand nehmen, keine Ausreden. Und das Dritte, das Handwerkszeug beherrschen. Wenn ein Fußballer in einem Spiel ein Eckball übt, das gibt es auf der Welt nicht. Du musst die Eckball, die Standardsituation musst du vorher üben. Wie wenige Verkäufer üben diese Standards? Einwandsbehandlung, Vorwandsbehandlung, Abschlusstechniken und jetzt kannst du sagen, ja, ich bin so gut und so weiter. Alleine, wenn du einen Termin vereinbarst, ich habe keine Zeit und so weiter, da geht es ja schon los. Da beginnt schon die Einwandsbehandlung, wenn er sagt, ich habe keine Zeit und so weiter und so fort. Cool. Das war der Quick Win, die drei Vertriebstipps noch mit Michael Silberberger, dem Tausendsasser. Ihr wisst ja, liken, teilen, weitersagen, bis es wieder heißt, bis nächste Woche. Stopp. Stopp. Jetzt hat er noch einen. Ne, Tausendsasser ist ja, ich mache ja Dinge nacheinander. Tausendsasser, der macht so alles, aber nichts richtig. Nein, das war positiv, ein Tausendsasser, der Tausendsachen kann, nacheinander. Oh, okay. Danke, mein lieber Martin, dann passt das. Dann habe ich das Wort jetzt neu entdeckt. So sieht es aus. Ist immer nur eine Frage der Interpretation, das war positiv gemeint, mein Lieber. Also, in dem Sinne, ab ihr Lieben, auf vertrieb.de mal schauen. Das war limbeck.podcast, ja, Vertrieb ist Chefsache, Cheftipps auf Augenhöhe von Chef zu Chef oder von Chefin zu Chefin. In dem Sinne, bis bald, euer Martin.